Eines könnt ihr mir glauben, Spaß macht mir das keine und ich weiß, ich werde wieder einmal ein wenig negativer klingen, als ich eigentlich sollte, aber ich kann mir da einfach nicht helfen und deswegen möchte ich auch von nun an alle Kopfhörertests so ziemlich in nur einem Take abdrehen, ohne irgendwelche weiteren Versuche, denn ich bin der Meinung, das ist die einzige für mich richtige Möglichkeit, euch alle Informationen rüberzubringen, ohne eventuell etwas in anderen Takes zu vergessen und das ist einfach das Einzige, was für mich richtig ist. Daher könnte es ein wenig mehr wie ein Gestammel wirken, teilweise nicht ganz so koordiniert und ihr werdet vielleicht sogar teilweise mehr Informationen bekommen, als ihr eigentlich möchtet, aber ich gebe lieber ein paar Informationen mehr als ein paar zu wenig und kommen wir zu den 1000X. Schon bereits in meinem Test der MDR-XB950N1 sah ich schon, dass mehr Leute eigentlich interessierter waren an meiner Meinung der 1000X und dort sagte ich schon, dass die 1000X deutlich besser sind als die 950N1, was auch der Fall ist, aber sie kosten eben auch das Doppelte, deswegen kann ich sie nicht einfach problemlos empfehlen, ohne euch eben all diese wichtigen Informationen zu geben und zu diesen möchte ich jetzt kommen, allerdings ganz kurz vorher noch zum Lieferumfang. Also Kopfhörer zur Seite, würde ich sagen, kommen wir hier zu dieser Tasche, diese ist absolut schön robust, hochqualitativ, sollte definitiv den Kopfhörer ohne irgendwelche Probleme schützen. Zudem bekommen wir da noch natürlich ein 3,5 mm Kabel, inklusive dem Kabel zum Laden und einem Flugzeugadapter. Das mal zur Seite, würde ich sagen, kommen wir jetzt schon direkt zum Kopfhörer und wenn es um das Design und die Verarbeitung geht, hier gibt es nicht zu bemängeln, denn wie ihr schon sehen könnt, dieses sehr flexible Metall, auch das Plastik sehr sehr hochwertig, also denke ich mal, von der Robustheit sollte hier alles passen. Von der Polsterung hier vielleicht jetzt nicht allzu dick, spürt ihr sogar ein paar kleine komische Plastiknoppen, allerdings spürt ihr diese eben nur mit der Hand nicht auf dem Kopf, von daher hier ist alles okay. Ihr könnt den Kopfhörer, wie ihr schon sehen könnt, auch zusammenklappen, was sehr sehr schön zu sehen ist, dadurch leicht zu versauen und auch zur Seite rotieren. Also gerade hier wirklich sehr sehr gut von der Ergonomie, würde ich sagen, kommen wir kurz zu den Tasten. Hier haben wir zum Beispiel Ambient Sound, Noise Cancelling, An- und Ausschalter und auch 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der rechten Seite dann Micro USB zum Laden, keine Mediatasten, denn das funktioniert ja alles mittels der kapazitiven Steuerung des rechten Ohrhörers, denn hier könnt ihr nach rechts und links für die Tracks, nach oben unten für die Lautstärke und dann Doppeltippen zum Pausieren. Von daher hier alles soweit so gut. Ansonsten zu den Ohrpolstern, muss ich sagen, vom Ausschnitt her würde ich sagen, gerade so groß genug. Also es wirkte nicht so, als ob meine Ohren anliegen würden, aber ein wenig größer wäre mir noch lieber gewesen, speziell da einige Leute, weil die wahrscheinlich doch noch größere Ohren haben. Von der Polsterung super schön weich und auch noch dick genug, denn meine Ohren lagen nicht an und das ist relativ wichtig. Darauf kommt es an. Würde ich sagen, komme ich jetzt schon zum Komfort. Dann setze ich diese einmal auf, sehen Sie, würde ich sagen, definitiv dezent aus, sieht okay aus. Und von der Anpresskraft von der Seite, muss ich sagen, absolut moderat. Also das wirkte nie zu stark, speziell auch da eben wirklich die Ohrpolster sehr schön weich sind, groß genug. Also ihr spürt ihn drumherum, also nicht wirklich anliegen, aber ihr habt dieses Gefühl, als ob es doch relativ knapp wird. Und wie schon gesagt, das Kopfband eben ist kein Problem, also ihr spürt hier oben nichts. Also komforttechnisch eigentlich wirklich sehr gut. Von der Passform, muss ich auch sagen, sehr, sehr solide. Also sie verrutschen nicht, sie sitzen eigentlich immer genauso, wie sie sollten und das gefällt mir so gut. Gut, Isolation nach außen, muss ich sagen, ist stärker, also deutlich über den Schnitt im Vergleich zu vielen anderen Kopfhörern. Also ich höre mich jetzt schon sehr, sehr dumpf. Und obwohl wir natürlich noch Active Noise Cancelling haben, bräuchte ihr das in einigen Punkten schon gar nicht. Die Außenwelt nimmt euch eigentlich normal so wahr, wie eigentlich auch bei den meisten Kopfhörern. Möchte ich ganz kurz noch zu den Features kommen, bevor ich zum Klang komme. Denn wir haben natürlich eine sehr, sehr gute Akkulaufzeit, die extrem nah an den Sony vorgegebenen Werten ist. Das ist etwas, das ich immer sehr, sehr gern sehe. Und dann eben haben wir auch noch Noise Cancelling, auch Ambient Sound. Ambient Sound fand ich jetzt weniger prickelnd. Das Noise Cancelling funktioniert allerdings sehr, sehr gut. Vielleicht nicht ganz auf dem Niveau eines Bose-Kopfhörers, allerdings auch in der Realität so nah dran, dass ich denke mal, dass den Unterschied keiner wirklich wahrnehmen wird. Und deswegen würde ich jetzt eigentlich schon zum Punkt Sound kommen. Und das ist eigentlich auch schon der Punkt, der mich eben leicht enttäuscht, weshalb ich den Kopfhörer nicht so ohne weiteres empfehlen kann. Denn er ist eben immer noch meiner Meinung nach deutlich zu stark Mainstream gesoundet. Also Bass nimmt natürlich ein wenig Überhand, ist bei weitem jetzt nicht so extrem wie bei einem 950 N1, der einfach eben mit der Extrabass-Funktion deutlich stärker ist. Wobei ich auch hier sagen muss, der Bass selbst ist immer noch nicht wirklich präzise oder extrem detailliert oder so. Er ist immer noch ein wenig boomig, aber obwohl auch ein wenig, gerade mit dem Oberbass, ein wenig in die Mitte rein blutend, geht das noch eigentlich okay für einen Mainstream-Lautsprecher. Allerdings persönlich eben, und ich möchte mich nicht einen audiofielen Snob nennen oder irgendwie sonstiges, muss ich sagen, fehlt mir hier immer noch ein wenig die Brillianz des Klangs. Also die Soundstage selbst auch wirkt relativ klein, auch ein wenig dumpf. Und das liegt eben meiner Meinung nach an den einfach zu stark gefilterten Höhen. Die hätte ich mir einfach deutlich offener, spitzer, auch ein wenig strahlender gewünscht. Also mir fehlt hier einfach die Brillianz. Denn sehr, sehr viele Details und auch kleinere Sachen gehen hier meiner Meinung nach einfach in den Höhen verloren. Zu den Mitten muss ich sagen, auch hier, das wirkt einfach alles ein wenig von der Überhand des Basses, ein wenig unterhemmt, also abgehemmt. Denn Stimmen wirken relativ stark in der Band drin, also mitten in der Masse. Also sie stechen nicht heraus, was ich persönlich sehr gerne mag. Viele Leute mögen das auch nicht. Aber das liegt jetzt nicht einfach nur darauf dann, dass sie einfach ein wenig nach hinten geschoben sind, sondern einfach da eben der Bass das Ganze ein wenig überschwemmt und dadurch das ein wenig verloren geht. Ansonsten würde ich sagen, falls ihr jetzt einen relativ soliden Mainstream-Lautsprecher oder Kopfhörer wollt, bekommt ihr das ja. Also das wirklich ohne irgendwelche größeren Bedenken. Aber ich muss eben auch sagen, ich finde es schade, dass eben Sony, aber auch andere Hersteller, nicht wirklich ein wenig etwas audiophileres, neutraleres, meiner Meinung nach einfach spaßigeres oder eben genussvolleres Entwickeln für den Bluetooth-Markt. Denn entweder bekommt ihr das mit einem Kabel oder eben dann deutlich Mainstream gesounded. Natürlich jetzt aufgrund dessen, dass es natürlich ein Kopfhörer mit Noise-Canceling ist, wird dieser sehr, sehr oft auf Zügen oder in Zügen oder in Flugzeugen benutzt, wenn ihr einfach nur den Sound außenrum ein wenig verhindern wollt und eben immer noch einen guten Klang haben wollt. Und das bekommt ihr hier eigentlich schon noch. Wobei ich sagen muss, was spricht dagegen, eben Musik nicht nur zu hören, was hier der Fall ist, sondern Musik genießen zu können. Denn das hätte ich gerne. Und das für mich spricht eben dafür, dass ich einfach gerne klarendere Strahlen der Röhre, eine etwas weitere Bühne, einfach eine offenere, lebendigere Bühne. Hier wirkt alles ein wenig, würde ich sagen flach, aber jetzt nicht flach im Sinne von neutral, sondern einfach, dass alles ein wenig langweilig wirkt. Denn mir fehlt ja einfach beim Klang die Dynamik. Mir fehlen einfach die wirklich extrem hohen Sachen, dann auch wieder die Tiefen, die guten strahlenden Micken, die knackigen Bässe. Das fehlt mir alles. Also es wirkt einfach ein wenig alles sehr, sehr stark gefiltert, so dass man eben keinem wirklich auf den Fuß tritt. Also der, der Bass haben will, bekommt diesen. Der, der ihn nicht zu sehr haben will, bekommt ihn auch, die Mitten. Also alles wirkt so ein wenig als eine Art Kompromisslösung. Und ich hätte hier definitiv einfach was deutlich rein musikalischeres gewünscht. Und das bekomme ich hier leider nicht ganz so. Ist wahrscheinlich allerdings auch normal heutzutage einfach bei vielen Kopfhörern. Denn zum Beispiel ganz kurz mit dem Bose QC35 verglichen, muss ich sagen, habe ich diese nicht getestet, nur kurz in einem Shop getestet, muss ich sagen, klang diese trotzdem ein wenig brillanter. Und das ist mir dann doch relativ wichtig. Das Noise-Canceling sollte auch noch besser sein. Und vom Komfort, wie schon gesagt, gibt es hier nichts zu bemängeln. Aber wenn ich eben das Ganze zusammenfasse, rein von den Features her, mit dem wirklich guten Noise-Canceling, dem guten Komfort, dem Sitz, den ganzen Features und der super Akkulaufzeit, bekommt ihr hier eigentlich für das, was ihr bezahlt. Wenn ihr jetzt allerdings, und das ist eben für mich das Wichtige, Musik eben auch genießen wollt, solltet ihr vielleicht nach was anderem suchen. Und speziell eben, da der Preis mit knapp 300 Euro teilweise ist es günstiger erhältlich oder aber auch teilweise drüber, ist es eben doch nicht ganz so einfach, die für mich problemlos zu empfehlen. Denn wenn ihr jemand seid, der einen Mainstream-Sound, also mit normaler V-Shape oder eben Badewannen-Charakteristik bevorzugt und den nicht auf Details aushaltet, ihr eher... Für manche ist das allerdings auch schon eher Spaß, wenn ihr einfach einen schönen Bass habt und nicht allzu viel starkes, klares, dann ja. Mehr was für Audio-Field ist dann vielleicht nein. Wobei ich auch sagen muss, eventuell, das müsste ich noch testen in der Zukunft, gibt es auch vielleicht deutlich günstigere Noise-Canceling-Versionen, die einen nahezu gleichen Sound bringen. Denn für den Sound bezahlt ihr hier mit Sicherheit nicht. Ihr bezahlt hier vor das Ganze drumherum und bekommt einen, würde ich sagen, noch annähernd akzeptablen, zum Preis passenden Sound, wenn auch eben nicht Audio-Field. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das suche. Ich will nichts unbedingt Neutrales. In vielen Fällen bevorzuge ich das. Wenn ich jetzt unterwegs vielleicht in einem Flugzeug oder sonstiges wäre, wäre mir das vielleicht auch lieber. Kann ich daher schwerer einschätzen, aber das ist nicht ganz das, was ich unter Musikgenuss verstehe. Und ich möchte die ganze Sache jetzt nicht noch länger strecken, denn ich weiß sonst nicht, was ich sagen soll. Und ich weiß, dass vielen Leuten wahrscheinlich mein Fazit nicht ganz so gefallen wird, einfach auch sehr viele Tester einfach doch was deutlich anderes sagten. Ich denke mal, aber das liegt auch daran, dass diese meistens eher diese Normalo-Mainstream-Kopfhörer testen. Und da passt diese absolut rein. Für jemand, der eben ein wenig länger schon Musik genießt, schon über die Jahrzehnte hinlang, suche ich persönlich nach was anderem. Und ich weiß sonst nicht, was ich sagen soll. Falls ihr was wissen wollt, einfach bitte in den Kommentaren lassen. Und einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020